26.07.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 153 des Ukraine-Krieges. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Bei Hlyboke berichtete ich Ihnen ja vor wenigen Tagen bereits, dass die Russen Verstärkung aus der 155. Marineinfanteriebrigade und zusätzlich aus der 2. Luftlandedivision in den Ort verlegten, da die Ukrainer die Oberhand erlangten. Durch die Verstärkung, die den Ort nun erreichen konnte, hat sich wieder ein Kräftegleichgewicht entwickelt, welches den von den Ukrainern eroberten Teil bei der nördlichen Zufahrt zu einem Kampfgebiet machte. Somit habe ich es wieder gelb eingezeichnet, hier finden wieder Aktivkämpfe statt. Dieser Bereich ist nicht mehr zu 100% von den Ukrainern unter Kontrolle. Die Russen kontrollieren aber dafür nach wie vor den Nordteil und die Ukrainer den Südteil der Ortschaft. Vor allem in der Region Kharkiv ist die Versorgungslage auf russischer Seite so schlecht, dass sie oft kein sauberes Wasser mehr zum Trinken haben. Das haben wir in sehr, sehr vielen Aussagen aus der russischen Armee gesehen. Hier ist übrigens noch eine weitere Gruppe an russischen Soldaten, die einfach aus einer Pfütze trinken, weil sie nicht mehr versorgt werden. Machen sie sowas auf gar keinen Fall nach. Die Soldaten brauchen gar keinen Kontakt mit ukrainischen Soldaten zu befürchten, wenn sie sich so selbst ins Ausschießen. Andere, etwas klügere Soldaten filtern es gerade wenigstens noch irgendwie, jedoch tötet das auch keine Krankheitserreger ab. Wir sehen aber, wie schlecht die momentane Versorgung in diesem Sektor auf russischer Seite ist und zu was einige Menschen mittlerweile bereit sind. Unter solchen Umständen ist die Moral meistens gering, wobei man sagen muss, dass die Russen, was Moral angeht, bisher immer sehr gut dabei waren. Befehlsfeigerer gibt es sehr selten und wenn, dann gibt es noch die Sperrtruppen, die dich eben zum Angriff zwingen. Für alle, für die Sperrtruppe kein Begriff ist, das sind Soldaten, die weiter im Hinterland bleiben und quasi hinter der Angriffswelle stehen. Falls dann die Soldaten, die gerade den Angriff ausführen, zurück möchten in sichere Positionen, also im Endeffekt einen Rückzug antreten wollen, dann sind diese Sperrtruppen dafür da, die eigenen Leute zu erschießen. Das bringt den Vorteil mit sich, dass man die eigenen Soldaten immer weiter antreiben kann und dass die dann auch keiner Gefahr mehr ins Auge sehen, da ja der sichere Tod hinter ihnen durch die eigenen Leute wartet und dann eben der Kampf mit der Gegenseite als kleineres Übel dargestellt wird. Solche Sperrtruppen möchte man nun laut der russischen Staatsduma als offiziellen Teil der Armee integrieren. Davor war es ja immer so, dass behauptet worden ist, dass diese ja gar nicht existieren, wobei es ja genug Belege dafür gab. Nun möchte man das Ganze auch offiziell einführen. Zumindest war das ein Vorschlag, das Gesetz ist so noch nicht auf den Weg gebracht worden. Und solche Sperrtruppen hat dann beispielsweise die Gruppe Ahmad gestellt, die ja hier auch als TikTok-Bregade bekannt ist, da sie eigentlich kaum kämpfen und hauptsächlich Videos drehen und damit die Positionen ihrer eigenen Kameraden verraten haben. Hochgeladen wurde vieles davon auf TikTok, Instagram und auch auf YouTube. Nun möchte Russland aber die Videoplattform YouTube sperren. Laut dem Abgeordneten der Staatsduma Alexander Hinstin, laut dem Abgeordneten der Staatsduma Alexander Hinstin, sei das aktuelle Drosseln von YouTube eine gezwungene Maßnahme, weil YouTube sich mit einer anti-russischen Politik auszeichnen soll. Im Endeffekt geht es darum, dass YouTube Accounts gelöscht hat, die von russischen Bloggern um Medien stammen, die die Propaganda des Kremls wiedergeben. Dabei drohten die Russen weitere Schritte an, also nach dem Drosseln quasi ein Sperren. Denn sollte YouTube das nicht ändern, dann sei die Plattform in Russland, Zitat, unerwünscht. Der Kreml hat sich ja schon lange auf so etwas vorbereitet und auch eine Plattform für Videos geschaffen, die YouTube verdammt ähnlich aussieht. Da die Ukrainer in letzter Zeit recht viele Schala-Aufklärungsdrohnen der Russen durch die eigenen Drohnen zerstören konnten, haben sie nun angefangen, Nachrichten auf die Flügel zu schreiben. Da steht in etwa so etwas drauf wie, wer diese Drohne herunterschießt, ist ein verdammter Scheißkerl oder sowas in der Art. Zumindest war es das naheliegendste, was mir übersetzt wurde. Das Bild wollte ich natürlich nicht vorenthalten. Bei Prores gab es weitere Fortschritte auf Seiten der russischen Streitkräfte. Dabei drangen sie bis zum Ort Vizela vor, an dessen Ortrand bereits Kämpfe stattfinden. Ebenfalls wurde das Gebiet, in dem das 1. und 3. Bataillon die letzten Tage kurz vor der Einkesselung standen, von den Russen erobert. Auf ukrainischer Seite heißt es, dass man die Soldaten befreien konnte. Auf Seiten der Russen finde ich auch keine Videos oder Belege dafür, dass sie eine größere Anzahl an Gefangenen machen konnten, weshalb die Informationen über einen erfolgreichen Ausbruch glaubhaft zu sein scheinen. Sie wissen ja, dass die Russen bei einer tatsächlichen Gefangennahme alle Kanäle wieder voller Informationen und Bilder geflutet hätten, was aber nicht stattfand. Auch wenn die Ukrainer es anscheinend rausgeschafft haben, war es aber eine wirklich sehr kritische Situation, die man hätte vermeiden können. Aber im Moment heißt es, das Ergebnis zählt, während die Kompetenzen so mancher Befehlshaber, und damit meine ich vor allem die der 31. Brigade, infrage gestellt werden. Der russische Verteidigungsminister war auf einem Übungsgelände bei Leningrad unterwegs und durfte sich chinesische Darwin 129 Drohnen ansehen. Dabei wurde ihm erklärt, dass die Informationen und Daten der Drohne an das Tablet oder Handy des Mörser-Kommandanten geschickt werden. Derjenige, der jetzt die letzten Lageberichte angesehen hat, wird sich natürlich die Stirn runzeln müssen. Denn schließlich hat ja die russische Staatsdummeer erst vor wenigen Tagen ein Gesetz verabschiedet, das den Einsatz von Smartphones, Tablets und noch anderen internetfähigen Geräten in Frontnähe verboten hatte. Bevor jetzt jemand sagt, dass sie doch ganz einfach auch Funk nutzen können, um zu kommunizieren, dem muss ich teilweise widersprechen. Theoretisch ja. Theoretisch kann der Drohnenoperator mit Hilfe eines Funkgeräts dem Mörser-Trupp Bescheid geben. Dafür müsste er erstens ein Funkgerät besitzen und zweitens müsste er eins haben, das nicht vom Verteidigungsminister eingekauft wurde, weil sich ja die letzte Bestellung als nicht für den Einsatz geeignet herausstellte. Die genaue Begründung lieferten uns die Russen dabei nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass man den Funk abhören konnte. Ansonsten schien ja der Verteidigungsminister, der eigentlich unbedingt Qualität statt Quantität in die Armee bringen wollte, sehr entzückt von den mit Klebeband angebrachten Sprengköpfen zu sein. Wie gesagt, der Wegfall vieler solcher Geräte wird es für die Russen in Zukunft sehr schwer machen, die Drohnen an der Front weiter bedienen zu können, da eben viele Soldaten ihre privaten Geräte für den Krieg nutzen müssen. Hier sehen wir ja zum Beispiel auch nochmal einen russischen Unterstand mit Drohnenpiloten, die ihre Daten schön reingestreamt und ihre Kommunikation offen und absolut ungeschützt über Discord verlaufen lassen. Dieser wurde auch aufgeklärt und befindet sich im Osten von Chassifjahr. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, die würden Discord jetzt auch verbieten, weil es ja ein wirklich ungeschützter Kanal ist. Was bleibt denen dann noch? Sie nutzen ja Discord nicht, weil sie ja so viele gute verschlüsselte Funkgeräte besitzen, sondern weil es ja nichts anderes Effektives gibt. Zumindest im Moment auf russischer Seite. Fällt durch das nächste Gesetz dann auch eine Plattform wie Discord weg, dann können Sie Brieftauben schicken oder Kabel verlegen. Doch im Gegensatz für die Soldaten auf beiden Seiten ist es für Sie komplett ungefährlich, Discord zu benutzen. Deshalb lade ich Sie auch auf unseren Discord-Kanal ein. Der Link ist wie der Telegram-Kanal und alles andere in der Videobeschreibung. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentare. Und bis zum nächsten Lagebericht.